Alle, die auf mich gehört haben, jetzt schon fett im Profit wären. Du siehst hier eine Blockchain-Aktivität. Ah, Meme-Coins, wie kann der drüber sprechen? Solana geht noch dieses Jahr auf über 1905 Dollar. Okay, du wirst dir jetzt an der Stelle denken, Daniel, jetzt hat dich wirklich vollkommen das Bullenfieber mitgenommen. Nein, ich kann es dir sogar begründen. Ja, du wirst gespannt sein. Aber nicht nur das in diesem Video. Ich werde dir auch meine neue Partnerbörse vorstellen und vor allem, was du für einen Bonus davon hast. Also, lass uns keine Zeit verlieren, wir starten direkt rein. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News-Talk-In-Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass gerne schon mal ein kostenfreies Abo da. Und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine 8-Punkte-Checkliste kostenfrei für dich ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Noch kurz in eigener Sache, wir stecken hier sehr viel Liebe in den Aufbau dieses Kanals. Und wenn dir dieses Video gefallen sollte und dich auch persönlich weiterbringt, dann wäre es cool, wenn du einen Daumen hoch da lässt, soll den Algorithmus ankurbeln, auch gerne einen kurzen oder längeren Kommentar kurz schreiben. Wie gesagt, dich kostet es nichts, außer ein bisschen Zeit und uns bringt es definitiv weiter und lässt diesen Kanal einfach dann auch die Reichweite bekommen, die ihr bekommen solltet. Aber jetzt lasst uns direkt rein starten. Wir kommen gleich dazu, wie ich auf diese waghalsige Prognose von über 9x noch in 2024 komme. Schauen wir uns mal den aktuellen Wert, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme an. Und jo, Leute, ist schon krass, also wir tingeln so immer hoch und runter um die 200-Dollar-Marke aktuell. Ja, BNB im Market Cap definitiv jetzt mittlerweile ordentlichst abgehängt. Jetzt kommen wir mal zum ersten Grund, warum ich persönlich glaube, dass es eine Kurs-Explosion gibt beziehungsweise die weiter anhält, weil die Kurs-Explosion haben wir ja quasi schon. Das erste ist ganz klar, der mögliche Solana-ETF oder die Solana-ETFs. Wenn du jetzt denkst, ja, Daniel, okay, da zählt mir ja was Neues, dass da eine Kurs-Explosion kommen könnte. Ja, zurücklehnen ist nicht der einzige Grund. Auf jeden Fall, wenn wir hier mal runterschauen, durchaus spannend. Der Artikel ist übrigens vom 31. Oktober, also vor den US-Wahlen. Und wenn man hier mal schaut, okay, man hat es ja Ende Juni mitbekommen, da gab es ein paar Vermögensverwalter, die wollten einen Solana-ETF und zwar in dem Fall Wennec und 21 Shares. Und jetzt eben ganz neu ist noch ein Dritter in den Ring eingestiegen und zwar Canary Capital, was durchaus die Sache relativ interessant macht, weil da wusste man ja auch noch nicht, wie die US-Wahlen ausgehen und es gibt ja da durchaus eine Menge Gegenwind. Also gab es zumindest, beziehungsweise ist noch nicht ganz raus, ob der jetzt komplett weg ist oder nicht. Von was sprechen wir jetzt eigentlich? Na klar, von wem sonst? Gary Gensler, weil hier ist wieder die SEC mal ganz federführend vorne mit dran. Und man darf an der Stelle sagen, die SEC ist da jetzt nicht nur so das einzige Problem. Auch der regulatorische Rahmen rund um einen Solana-ETF wird durchaus komplizierter, als wie wir es bei den Vorgängern von Bitcoin und Ethereum miterlebt haben. Auf der anderen Seite darf man aber auch sagen, das Market Cap von Solana, da springen wir mal kurz zurück, ist halt im Verhältnis zu Ethereum und vor allem zu Bitcoin halt eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, sorry, hier sind wir natürlich, wenn es einen Solana-ETF gibt, dann darf man an der Stelle mal sagen, jo, da kann die Kursbewegung mal ganz anders ausschauen. Aber so viel mal dazu. Warum ist jetzt der regulatorische Rahmen hier komplett anders? Naja, das ist relativ einfach erklärt. Und zwar siehst du das hier, wussten vielleicht viele auch nicht. Es gab ja bereits schon in den USA seit Oktober 2021 sogenannte Bitcoin-Future-ETFs. Aber es gibt bis dato auch noch keine Solana-Future-ETFs. Was ist jetzt hier der Unterschied? Das darfst du dir auch hier einfach gerne mal durchlesen. Es geht eben bei diesen Bitcoin-Future-ETFs nicht um den echten Bitcoin-Kurs, der da abgebildet wird. Das war der maßgebliche Unterschied. Aber es gab da eben schon was, was bei Solana halt noch komplett fehlt. Und zudem gibt es dann halt noch das Problem mit der SEC. Dazu haben wir auch einen passenden Artikel gefunden. Und zwar, der ist natürlich auch noch von vor den Wahlen. Also schauen wir mal, wie das so stehen bleibt. Hier wurde ganz klar kommuniziert, die SEC, die verfolgt Solana weiter und das beim Binance-Prozess. Was hat das jetzt wiederum mit Binance zu tun? Also zum einen hat beim Binance-Prozess die SEC natürlich nicht nur einen Coin rausgezogen, sondern das siehst du hier. Da war auch Cardano mit dabei, Polygon war mit dabei. Ging bis zur Exe Infinity. Übrigens BNB ist nicht mehr mit dabei. Aber gut. Auf der anderen Seite wirft die SEC aber Binance wiederum auch vor, dass hier mit einer Geldanlage beworben wurde. Und zwar laut der Aussage die Profitchancen, die Solana mit sich bringt, wenn das Solana-Ökosystem wächst. Ja gut, das macht jetzt schon irgendwie Sinn. Die SEC stört es natürlich trotzdem. Klar, den lieben Gary hat ja effektiv alles gestört. Aber jetzt wird es halt an dem Punkt interessant, weil da sind wir wieder genau bei der Bewegung. Und das könnte auch den aktuellen Pump schon ausgelöst haben, weil man jetzt natürlich davon ausgehen kann, okay, wenn Trump jetzt sein Versprechen hält, dann ist Gary Gensler ab Ende Januar, also wir sprechen ja vom 20. Januar, wo der erste Tag von Trump ist und er, der ganz klar verkündet, am ersten Tag entlässt er Gary Gensler, dann könnten sich da durchaus die Wogen auch glätten und das Thema mit SEC und Solana sich auch entspannen und vielleicht auch dadurch, wenn sich das entspannt, wiederum auch viel leichter ein ETF kommen. Naja gut, du hörst, da ist jetzt ein bisschen Wenn und Aber mit dabei, aber das macht schon alles so stimmig Sinn, auch wenn man ein zweites Mal drüber nachdenkt. Und hier komme ich direkt mal zur Partnerbörse und das nutze ich jetzt auch gleich mal, um dir den aktuellen Chart zu zeigen, der halt echt super ausschaut. Also du siehst ja auch immer eine saubere Bodenbildung mit dabei und dann jetzt gerade wieder eine ordentliche Bewegung nach oben. Also es schaut schon sehr schick aus und gerade wenn man sich überlegt, wo der Chart denn so stand, also wie gesagt, den hat man noch sehr, sehr günstig einkaufen können. Selbst vor zwei, drei Wochen war das Teil mal irgendwo bei 120, 130, 140 Dollar gestanden und jetzt halt mal so ein ordentlicher Pump nach oben. Wir kommen auch gleich noch dazu, ob die Prognose jetzt eher steht, es geht bullisch weiter oder es könnte vielleicht bärisch werden. Aber jetzt erstmal kurz zur Erklärung, warum denn eigentlich BitMEX? Und warum habe ich gesagt, ja, die Börse, die macht durchaus Sinn? Gibt mehrere Gründe, also zum einen seit zehn Jahren am Markt, zum anderen darf man aber auch hier an der Stelle sagen, diese Börse ist noch nie gehackt worden. Also versucht wurde es natürlich, aber noch nie erfolgreich. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich immer sage, hey, not your keys, not your coins, aber wenn du halt gerade irgendwie traden möchtest, dann macht es halt durchaus Sinn, da logischerweise eine zentrale Börse zu verwenden, aber dann sollten halt die Gelder auch sicher sein. Ein weiterer Punkt, not your keys, not your coins, ist ja immer das Thema Proof of Funds. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil wenn du hier schaust, das kannst du halt einfach einsehen. Also das müsste, nagel mich bitte nicht fest, alle zwei Wochen aktualisiert werden, wo du genau die Werte siehst, was hier an Proof of Reserves vorhanden ist, was dir halt auch wiederum die Sicherheit gibt, hey, ist da genug Liquidität hinten dran? Also es gibt ja genug Exchanges da draußen, die legen da halt mal gar nichts offen und hier ist es ganz transparent aufrufbar und das kannst du dir auch einfach rausgoogeln oder wenn du es gerne haben willst, schreib mal in die Kommentare, dann poste ich da auch den Link dazu. Was man außerdem noch sagen darf, es gibt ein deutsches Management, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil er hat man schon so einen gewissen Qualitätscharakter, das darf man an der Stelle sagen und übrigens der Support auch, den gibt es in über zehn Sprachen muttersprachlich und reagiert innerhalb von einem Tag, weil das ist natürlich auch wichtig. Also ich habe das mal bei anderen Exchanges miterlebt, da werden Gelder eingefroren und dann kämpfst du da rum, bis da mal irgendeiner reagiert, kannst du ja dann noch von Glück reden, wenn du über einen Stablecoin sprichst, weil wenn das jetzt gerade in einer sehr volatilen Marktphase ist, wie hier, und deine Assets sind eingefroren, dann ist das durchaus uncool. Jetzt ist aber die große Frage, was hat das für dich für Vorteile? Jetzt kommen wir mal zum allgemeinen Vorteil. Wenn du Bock hast, hier ein bisschen mit dem Trading zu starten, ich werde da auch immer mehr mal dieses Thema mit einfließen lassen, dann schau mal gerne in die Description, da ist der Anmelde-Link und da bekommst du wiederum einen 25 Euro Gutschein im BitMEX-Token, den du dann entsprechend verwenden kannst. Jetzt nicht wundern, wenn du dich nicht anmeldest, hast du den nicht sofort drauf, der wird manuell drauf gebucht. Also bitte wundere dich da nicht an der Stelle, aber den Bonus, den kannst du dir auf jeden Fall schon mal sichern, also wenn du da Bock drauf hast, wenn du natürlich auch unseren Kanal ein bisschen unterstützen möchtest, schau in die Description, wie gesagt, da ist der Link dazu. Jetzt gibt es aber noch was weiteres und das dürfte dich auch interessieren. Es gibt eine Weihnachtsaktion, die wir machen. Ja, ich bin offengesprochen eher der Grinch, aber wir können es trotzdem machen. Wird lustig. Ich werde dann hinter mir so einen schönen Christbaum dekorieren mit 24 Kugeln, wo es was ganz Magisches immer zu gewinnen gibt. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und zudem bekomme ich auch noch einen Briefkasten an Center direkt, wo ich Briefe versenden kann. Das heißt, wenn du zur Exchange selber Fragen hast, dann kannst du mir die zukommen lassen. Wir werfen diese Briefe dann da ein und dann werden die beantwortet. Coole Sache, oder? Also ich bin gespannt. Auf den Choke lasse ich mich mal ein. Jetzt wollen wir aber mal kurz klären und an der Stelle können wir auch mal Altfans gleich checken, wie gut denn jetzt diese AI arbeitet. Ich habe das Tool kürzlich vorgestellt und jetzt schauen wir doch mal, was sagen die zu Solana? Also ich habe mir hier erst mal den allgemeinen Screen aufgerufen. Klar, strong up. 10 von 10 steht hier. Dann sieht man auch die aktuellen Werte, wie das Ganze steht. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen tiefer in die Chart-Patterns reingehen, was denn da so behauptet wird, wie sich der Chart entwickelt. Wenn wir dann nochmal nach Solana suchen und das Ganze mal aufrufen. Okay. Also da ist die Prognose ganz klar auf long gesetzt, mit entsprechenden Wert. Und den merkst du dir mal bitte an der Stelle. Und dann warten wir mal ab, ob die Entwicklung wirklich in diesem Bereich weiter hoch geht. Weil dann kann man auch eben sagen, ja, okay, das Tool, das ist spannend. Also das Tool bietet noch deutlich mehr. Das darf man an der Stelle auch sagen. Also du hast hier natürlich zig Token und Coins, die durchgecheckt werden, wo du die entsprechenden Chart-Analysen direkt vorgeliefert bekommst. Kannst dir halt hier auch Alerts setzen etc. Hast beim Research, habe auch noch die Möglichkeit, ziemlich spannende Coin-Tipps zu finden. Also ich nutze dieses Tool echt persönlich sehr gerne. Und hier können wir mal auschecken, was jetzt in der Zukunft passiert. An der Stelle, wenn du Bock hast, das Tool zu nutzen, kannst du erst mal kostenfrei einfach austesten. Wenn du aber zusätzlich irgendwann sagst, naja, okay, die Bezahlversion, die wäre auch ganz cool. Ja, Uptrend hat da natürlich auch was rausgehandelt und zwar einen 50% Rabatt für dich. Also wenn du da Bock drauf hast, schau mal in die Description. Da ist der Link plus Rabattcode. Einfach eingeben und freuen. Aber wie gesagt, du kannst es einfach mal kostenfrei auschecken und wir werden jetzt mal den Test starten, ob denn da wirklich das richtige Ergebnis kommt. Dazu möchte ich dir mal am 7. November ein zusätzliches Posting zeigen, was auch noch ziemliche bodelische Stimmung ausgelöst haben dürfte, nämlich offiziell von Coinbase, die verkündet haben, CBBTC ist live on Solana. Jetzt ist die große Frage, was ist das jetzt bitte wieder? Wir sprechen hier von quasi einer 1 zu 1 Kopie von Bitcoin, wo dann natürlich in diesem Fall der Zugang zu Bitcoin deutlich leichter sein soll. Jetzt können wir diskutieren, ja, gibt es nur den echten einen Bitcoin oder da auch so eine Kopie davon und dann Gebäck davon und wie soll das überhaupt sein? Lassen wir alles dahingestellt. Aber bullische Stimmung dürfte diese Meldung definitiv ausgelöst haben. Jetzt ist aber vielleicht die große Frage auch, warum denn Solana überhaupt so großes Interesse hat und warum da plötzlich so viele Menschen drauf aufspringen. Wir haben es schon in mehreren Videos angesprochen und ich möchte dir das einfach mal kurz zeigen. Also, du siehst hier eine Blockchain-Aktivität. Das ist krass, wie das jetzt nach oben geschossen ist. Aber warum ist das so? Naja, da gibt es mehrere Gründe. Da kann ich mal als erstes ein Projekt hervorführen, was ich schon häufiger angesprochen habe, wo alle, die auf mich gehört haben, alleine jetzt schon fett im Profit wären. Also, ich bin es definitiv. Denn wir sprechen von TARS-AI. Also, TARS-AI ist zum einen gebackt von der Solana Foundation und ist quasi das Projekt, das die komplette AI-Infrastruktur auf Solana bringen soll. Also, wen es interessiert, kannst du dir hier auch einfach nochmal die Website anschauen. Aber wenn du dir allein dieses Chart-Wachstum jetzt anschaust, in den letzten sieben Tagen, jo, moin. Und alles in allem, schaut der Chart halt jetzt auch alles andere als ungesund aus. Also, würde ich vielleicht mal auschecken. Es gibt aber noch andere Gründe und da kommen wir im Bereich, wo viele aufschreien, ah, Meme-Coins, wie kann der drüber sprechen? Ja, da ist halt ein unfassbares Volumen dahinter. Und das siehst du zum Beispiel hier. Also, auch ich habe es lernen müssen. Für mich waren auch immer Meme-Coins, reines Gambling und macht dir überhaupt keinen Sinn. Nee, ist es nicht zwangsläufig. Also, man kann an der Stelle auch ganz klar sagen, wenn man sich so mal die Solana-Sektion an Meme-Coins anschaut und wie da die Performance ist, ich bin da mit zig Meme-Coins einfach mal zum Stand jetzt schon zwei oder drei X im Plus. Also, schreib da auch gerne mal in die Kommentare. Wenn du dafür offen bist und sagst, yo, Daniel, stell das gerne mal vor, dann stelle ich euch das gerne vor, weil du siehst hier einfach, das ist ein brachiales Wachstum, was da geht. Und nein, es gibt da nicht nur Gambling. Man kann das auch ein bisschen vom Market Cap abrufen. Und da gibt es schon Gründe, warum Meme-Coins manche hochgehen und manche halt direkt am Boden zerschellen. Jetzt wollen wir aber noch zur abschließenden Frage kommen, wie komme ich auf diese Prognose? Und das siehst du hier. Denn es gibt hier zum einen eine, und Leute, also 4. November, also lustigerweise auch noch vor den Wahlen, also auch wenn es knapp davor ist, aber das kommt jetzt darauf an, wann das veröffentlicht wurde, aber definitiv bevor irgendein Ergebnis raus war. Und wenn man sich das halt mal gibt, liegt, die minimale Prognose liegt bei über 500 Dollar. Freunde, also das sind ja allein 2,5x. Und wenn man jetzt natürlich den Durchschnittswert nimmt, hey, da stehen ja die 1.905 Dollar. Jetzt darf man aber auch sagen, es wird nicht langweilig für die Zukunft. Also allein die Prognose für 2030, schaut schon geil aus. Also daher, man darf einfach mal abwarten, was da jetzt genau passiert, ob das natürlich so eintrifft, inwieweit diese Zahlen validiert sind und wie man auf die Prognose kommt. Das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Aber spannend ist es allemal und alles, was wir uns bisher angeschaut haben, sind definitiv bullische Signale. Aber jetzt bin ich mal an der Stelle gespannt, bist du selbst in Solana investiert? Was sagst du dazu? Ich bin ja ein großer Fan von so Infrastrukturprojekten. Die Blockchain, die liefert halt wirklich ab, sofern sie natürlich sauber läuft. Darf man an der Stelle auch nicht vergessen, bis vor eineinhalb Jahren, da hat man das Ding voll tot erklärt und plötzlich, zack, geht es halt vollkommen ab. Also bin ich sehr gespannt, ob dann die Auslastung auch wirklich nicht an die Kapazitätsgrenzen kommt. Wir werden sehen. Also schreibt da gerne mal in die Kommentare. Sonst, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Soll den Algorithmus ankurbeln, ich würde mich mega drüber freuen. Sonst kostenfreies Abo natürlich auch gerne da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.